Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Ja, wie gesagt, wir wollen ja jetzt uns was zum Bandagieren suchen, da wir sonst vielleicht sterben durch den Haiangriff. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Boot mit einem Medizinschränkchen drin. Das suchen wir uns jetzt mal schnell. Oder wir sterben halt. Was natürlich bitter wäre. Hier ist auch wirklich nichts, ne? Vorne ist was. Aber da wird nichts drin sein. Aber nicht das, was wir brauchen jedenfalls. Gucken wir mal, was da in der Kiste ist. Oh, Leute. Duct Tape wollen wir nicht, haben wir schon. So. Ja, es piept schon hier, ich weiß aber nicht, was es jetzt was zu sagen hat. Ach, Mann. Dürfen wir auch unsere Insel nicht aus dem Blick verlieren? Ich glaube, das war die da, ne? Irgendwo muss hier doch was sein. Das gibt's doch gar nicht. Ach, guck mal an, was ploppt da denn auf. Waren wir da schon? Das werden wir gleich herausfinden. So. Moment. Moment. Ich glaube, hier waren wir schon bei denen. Ist hier irgendwo ein Medizinschrank? Sieht nicht so aus. Geh nochmal hoch. Ja, hoch wollte ich. Ja, ich weiß, das piept. Ja, scheiße. Das piept jetzt immer öfter. Ich habe noch so eine Krebele an. Bis jetzt? Ah, es wird durchgepackt. Leute, was habt ihr mit dem Spiel gemacht? Dreck. Ich will doch nur... Ach, da oben war ja auch nichts, ne? Fahren wir mal weiter. Ich glaube, das da war unsere Insel. Fall mal da rüber. Fall mal da rüber. Fliegt hier. Stein. Da drüben waren wir auch schon. Trotzdem noch irgendwo ein Schiff. So, eine Kacke. Warum kam gerade diese Musik? Weil wir gleich sterben werden. Hier sind die Reifen. Ich taugiere trotzdem nochmal. Hören Sie mal Licht an. Was ist denn hier, das heck? Oh Mann, oh Mann. Ist leider nichts mehr drin, ne? Kompass. Haben wir alles schon rausgeholt hier? Ne. Hier ist nichts mehr. Schnell, schimm auf, schimm auf. Junge, Junge. Oh nein. Ich glaube, das war's mit uns. Wo ist unser Floß? Wenn, dann will ich auf unser super Floß sterben. Wir sind fast abgesoffen gerade. Es ist kein Balken mehr da. Scheiße. So, wo müssen wir eigentlich hin, wenn wir nach Hause wollen? beziehungsweise wenn wir versuchen wollen nach Hause zu kommen wenn hier das Schiff ist da lang müssen wir glaube ich ein bisschen da lang wir fahren jetzt mal hier lang dann müssen wir doch da lang nach so einer Grütze das ist jetzt halt die Frage und wo sind wir gekommen wo ist das Wrack scheiße ist nicht zu sehen kein Anhaltspunkt wo wir lang müssen das ist wieder gepiept schöne Scheiße die uns hier eingebrochen haben ich rasse nochmal einmal fix die Insel ab vielleicht finden wir hier irgendwas was da noch vielleicht gebrauchen könnten vielleicht stellen wir auch ich weiß es nicht liebe Freunde ja ob wir unsere Insel wieder finden werden ob wir sie nochmal erreichen werden ob wir sterben werden erfahren wir vielleicht alles in der nächsten Folge bis dann ciao ciao